Hallo, mein Name ist Lea Götz, ich bin 24 Jahre alt und bin sesshaft in Nürnberg. Ich arbeite hauptberuflich als Model in Deutschland und arbeite als Tänzerin in den Vereinigten Staaten in Los Angeles. Hier sehen Sie meine Hände und hier mein Profil. Als Model wurde ich kürzlich von Prada gebucht für die neue Sommerkampagne, die wir in Istanbul shooten werden. Und als Tänzerin wurde ich für den Sänger Drake für eine Welttournee gebucht, die wir ungefähr im Herbst in den Staaten starten.